Das Hotel Le Fay Resort und Spalago di Garda liegt in Gagnano in Gardasee. Das Hotel Le Fay Resort und Spalago di Garda ist sehr beliebt unter den Gästen. 93% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung was den Service, das Essen, Ambiente und die Lage anbetrifft. Die 119 Gäste die das Hotel bewertet haben vergeben durchschnittlich 5,4 von 6 Sonnen. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer. Die sehr sauberen Zimmer schätzen die Gäste und vergeben insgesamt 5,8 von 6 Punkten. Hotel allgemein. Das Hotel zeichnet sich durch seinen sehr guten Zustand und der hohen Sauberkeit der einzelnen Bereiche aus. Gäste vergeben im Durchschnitt 5,6 von 6 Sonnen. Service. Ein hervorragender Service wird ihnen in diesem Hotel geboten. Das zeigt die Bewertung von 5,6 von 6 Sonnen. Sport- und Unterhaltungsprogramme. Die Sport- und Unterhaltungsangebote werden als sehr gut von den Gästen bewertet. Sie vergeben 5,6 von 6 Sonnen. Gastronomie. Außerordentlich gut werden die Speisen und Getränke sowie die Atmosphäre und Sauberkeit des Restaurants des Hotels von den Gästen bewertet. 5,3 Sonnen erzielte diese bei der Bewertung der Gastronomie. Lage und Umgebung. Das Hotel befindet sich in einer guten Lage. Dabei können die Einkaufsmöglichkeiten, Strandnil, Verkehrsanbindung und Ausgehmöglichkeiten eine Rolle spielen. Durchschnittlich werden 4,6 von 6 Sonnen für den Standort des Hotels vergeben. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.